Noch ein essbarer Pilz und eine Notiz. Fürchte dich vor dem großen Kampf Magier Saruman. Da war einer nicht ganz kreativ. Seine Tricks mit den Edelsteinen verstecken viele Sachen. Seine Macht von Wind und Wasser zerstört. Und sein Hort wird bewacht von einem Labyrinth aus Tod. Ja, mal was Nützliches. Ein Heilkraut. Ich könnte sogar den Beast Bone zum Angriff verwenden. An den nächsten Besitzer dieser Zelle. Meine Zeit läuft ab. Möge dein Glück besser sein als meins, Aran. Eine Zelle weiter hält eine versteckte Platte. Welche eine Tür in Germains Zelle öffnet. Weiter die Halle herauf. Wir haben ein paar Vorräte gesammelt. Aber wichtiger, es gibt dort einen Schlüssel. Wir sind sicher, wir können ihn nutzen, um zu entkommen. Wenn wir nur an den Waffen vorbeikommen würden. Ich persönlich habe eine Waffe in dem Raum hinter mir aufbewahrt. Ich hoffe, es ist genug. Zeit ist wichtig. Geh raus, entkomme, bevor du verrottest. Oder noch schlimmer. Bevor sie dich mitnehmen, um dir zu experimentieren. Viel Glück. Ich höre Stein auf Stein in der Distanz. Ja. Jetzt muss ich das nochmal lesen mit dem. Ich habe eine Waffe in dem Raum hinter mir. Aber da war keine Waffe. Ein Zahnrad-Schlüssel, das ist gut. Essen ist noch besser. Decker brauchen wir nicht. Eine Fackel haben wir bereits. Eine. So, das heißt, raus aus den Holding Cells. Und da muss ich das hier jetzt noch lesen. Okay. Das war ja der andere Brief. Die beiden kann ich mal da lassen, genauso wie den Bogen. Die Armbrust würde ich gern behalten, aber dann wiegt das hier wieder alles zu viel. Ja gut. Das könnte ich dir dann geben. Geier, Skateway kann hier bleiben. Knochen bleiben auch hier. Oh, der kann auch mal hier bleiben. Obwohl, nee. Wie viel wiegst du? Drei Kilo. Das ist nicht viel. Also, take your time. Es gibt zwei Knöpfe. Steht hier. Immer mit dem nordöstlichen Beginn. Nordöstlich wäre also... Das ist jetzt schon wieder nordwestlich. Nee, der macht gar nix. Okay, so viel zu. Nimm dir Zeit, damit du dich nicht verbrennst. Jetzt gibt's einen nordöstlichen. Jetzt gibt's einen nordöstlichen. Nordöstlich. Das ist ein paar der 30-Ding-s. Experimental sind. und da bin ich doch gerade drin oder werde ich wieder getrollt dein experimental cells Licht geht mal wieder aus die ja ich vertraue jetzt einmal darf dass ich den nordwestlichen teleporter nehmen soll ok teleporter den will ich noch nicht ich mag solche zeiträtsel nicht vor allem nicht wenn ich dabei auch noch bombardiert werde das hat nichts gemacht leider das hat auch nichts gemacht wo bin ich jetzt ach jetzt bin ich wieder am anfang jetzt bin ich wieder hier ok jetzt bin ich wieder hier und den teleporter kann ich nicht nehmen wow wow alles beginnend in der 1st room nord-est-button dann nord-est-portal und da war auch nichts da war auch nichts da war auch nichts Nein, das ist auf jeden Fall nicht das hier geöffnet. Das hat auch nichts geöffnet. Das war auch nichts. Das hat auch nichts gemacht. Nein. Nein. Nordöstlicher Knopf, der nordöstliches Portal. So, nordöstlicher Knopf wäre der hier. Hat aber nichts gemacht. Das war ein Sweden Press Button for Supply Storage. Okay. Okay.